Ich hatte einen Traum. Haus, wir reden nachher. Keine Sorge, ich bin Arzt. Ihre spektakulären Brüste interessieren mich nicht. Haus, Haus. Nachher. Ich hatte Sex mit Dominika. Im Traum. Es war kein wahrer Sex. Technisch gesehen war es eher Zahnseide fädeln. Zähne, Hoden. Die Symbolik ist ja ziemlich eindeutig. Aus nachher ist gerade nie geworden.